Pocoyo Ostereier Was für ein schöner Frühlingstag! Schau, da ist Elli! Hallo Elli! Was trägst du da in dem Korb? Schokoladeneier? Donnerwetter, das ist aber eine seltsame Maschine! Wie funktioniert die? Ah, ich verstehe! Die Maschine dekoriert wunderschöne Schokoladeneier! Jetzt ist es an der Zeit, die Eier zu verstecken! Musik 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 Gut gemacht, Ellie. Alle Eier sind versteckt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Jäger-Trupp, um sie zu finden. Freunde? Ja, genau, Freunde. Hallo, ihr da, Freunde. Ellie sagt, ihr sollt die Ostereier finden, die sie überall versteckt hat. Großartig, das ist spannend. Oh, 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 oh. Oh, seht her. Ja, da ist Sleepy Bird. Hallo, Sleepy Bird, was machst du da? Ah, ich sehe, du brütest ein Ei. Das ist ganz toll. Ein kleines Küken wird bald aus dem Ei schlüpfen. Oh nein! Elli, das ist das Ei von Sleepy Bird. Wir sollten, nein, nein, Elli, wirklich, wir sollten, Elli. Elli, dieses Ei ist ganz anders. Siehst du, wir müssen dieses Ei zurückbringen. Nein, Elli, wir müssen, Elli. Oh nein. Leute, Elli sagt, dass da noch ein Ei fehlt. Aber ihr müsst wissen, ihr müsst besonders vorsichtig sein. Es ist nämlich ein besonderes. Es ist, warum hört mir niemand zu? Nee, das ist ein besonderes. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hallo, Sleepy Bird, da ist etwas, was du wissen solltest. Nun, keine Sorge, Sleepy Bird, alles ist beinahe unter Kontrolle. Hör zu, das Ei ist weg, aber ich bin ganz sicher, Pocoyo, Pato, Fred und Raupe werden es in Windeseile einfangen. Ohne ihm zu sehr wehzutun. Elli, wir müssen Sleepy Bird helfen. Du hast sein Ei verwechselt und als Osterei benutzt. Wir müssen es retten. Uff, das war knapp. Ganz vorsichtig. Oh nein. Nein, oh. Oh. Ah. Nein. Oh. 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 Renn! Renn! Renn weg! Oh nein! Das Ei und Raupe sind okay! Toll! Ah, wie schön! Es lebe die Freundschaft! Und frohe Ostern! Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Ninas Ostertag. Oh, es ist so ein schöner Frühlingstag. Ich frage mich, was Nina und Roberto machen. Da sind sie. Hi Nina. Hi Roberto. Oita. Seht mal, das ist ein Osterei. Das ist was ganz Besonderes. Der Osterhase muss es hier versteckt haben. Es ist aus leckerer Schokolade. Äh, meinst du, dass ein Küken in dem Ei ist? Oh. Pato, was willst du mit dem Osterei tun? Oh, verstehe. Du hast Hunger, oder? Pato, Nina denkt, dass in dem Ei ein Küken ist. Aber es stimmt, Nina. Ostereier haben keine Küken in sich. Pato, Pato, Pato. Pato, Pato. Pocoyo hat auch ein Osterei gefunden. Pato, Pato. Hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Das ist mein. Oh, ich befürchte, dass das nicht gut ausgeht. Sehr schlau, Nina. Aber ich glaube... Oh nein. Elli hat auch ein Osterei. Oster-Ei. Oster-Ei. Elli, Nina glaubt, dass in dem Ei ein Küken ist. Deshalb will sie es haben. Oster-Ei. 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 Oster-Ei-i. Oster-Ei. Oh nein. Oh nein, schon wieder. Ah, das war schlau. 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 alle Eier weg. Oh, ich verstehe. Du hast es nicht eilig, weil du immer die Erste bist, die die Eier findet. Oh, sieh mal, Pater hat schon eins. Ist das nicht toll? Oh, sieh mal, Pater hat schon eins. Alles ist gut, Ellie. Es sind noch zwei Eier übrig. Oh je, komm schon, Ellie. Du kannst immer noch das Ei vom kleine Raub befinden. Gib nicht auf, Ellie. Mal sehen. Wo würdest du ein Ei verstecken? Denk nach. Herzlichen Glückwunsch euch allen. Und Ellie hat das letzte Ei gefunden. Das Ei vom kleine Raub. Äh, Moment mal. Kleine Raupe sagt, dass das nicht ihr Ei ist. Ellie ist sich sicher, dass es dein Ei ist. Dein Ei. Okay, Mal sehen. Kleine Raupe, wenn das nicht dein Ei ist, wo ist es dann? Äh, Moment mal. Äh, Moment mal. Natürlich, du hast Leuchtfarbe verwendet. Ein Hoch auf die Freunde und ein Hoch auf leuchtende Freundschaften. Macht's gut. effectorat ihr siegt, tut. Bis dann. Das ist ja, Mensch glaube ich. AST Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du bist auch mit der besten Ausrüstung gekommen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ihr habt endlich den Gipfel erreicht Wie wunderschön! Ah, du hast die ZDF für funk, 2017 Ah, du hast die ZDF für funk, 2017 Keine Sorge, ich bin sicher, dass Pocoyo Nina mit anpacken werden, Pato. Schau, Pato, ein Geschenk für dich. Ist es nicht zauberhaft? Nach allem war es ja doch ein wunderbarer Camping-Trip. Gute Nacht, alle zusammen. 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 Oh, Schlummerpieps. Telefon. Schlummerpieps. Hm, vielleicht wacht Schlummerpieps auf, wenn wir alle zusammenrufen. Wach auf, Schlummerpieps. Fertig? Wach auf, Schlummerpieps. Aufwachen. Das Telefon. Du musst weg. Verstehe. Aber sicher findest du jemanden, der auf Babypieps aufpasst. Nun, frag schon. Nein, du. Pato aufholen. Pato räumt auf. Schlummerpieps möchte wissen, ob einer von euch ein wenig auf Babypieps aufpassen kann. Nein. Wie wäre es, wenn der, der auf Babypieps aufpasst, nicht aufräumen müsste? Wie war das, Pato? Du sagst, dass du auf Babypieps aufpassen willst? Wunderbar. Das bedeutet, du räumst hier auf, Pocojo. Richtig? Hallo, Babypieps. Hast du schön geschlafen? Deine Mama ist nicht hier, Babypieps. Sie ist nun mal kurz weggegangen. Na, 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 Babypiep. Sieh nur, da ist eine Freundin, kleine Raupe. Wenn kleine Raupe da ist, bist du fröhlich. Nun, das hört sich doch gut an. Oh je. Sie machen dir alles nach, Pato. Ah, Essenszeit. Wie, das ist nicht das, was du sonst von deiner Mami bekommst? Kuchen? Wenn dir Pato jetzt Kuchen gibt, hörst du dann auf zu schreien und gehst ins Bett? Oh je, Pato. Es scheint, als ob kleine Raupe mal muss. Na los, Tempo, Tempo. Beeil dich. Oh nein. Und endlich Schlafenszeit. Wie? Deine Mama macht mit dir immer erst einen Mondspaziergang? Ach, aber du versprichst, dass du dann sofort ins Bett gehst, ja? Und nun ins Bett. Pato braucht wirklich dringend Hilfe, Pocoyo. Halt! Stecklef, kleine Raupe. Nein, Pato. Auf kleine Kinder aufzupassen, ist wirklich schwerst, aber ich kenne das. Aber wie wäre es denn, wenn ihr zwei euch zusammentut? Was meint ihr? Sollten Pato und Pocoyo zusammen aufpassen? Ja, ja, sie sollen zusammenarbeiten. Baby Pieps möchte wissen, was ihr da macht, Pocoyo. Wir schlafen. Ah, Pato und Pocoyo sind müde und wollen sich in eure Betten legen. Dürfen sie das? Nein? Ihr wollt, dass Pato und Pocoyo in ihre eigenen Betten gehen? Nun denn, in Ordnung. Ihr zwei habt das wirklich großartig gemacht. Schlummer Pieps fragt, ob ihr jetzt jeden Tag auf Baby Pieps... Was meint ihr? Sollen die beiden jeden Tag auf Baby Pieps aufpassen? Ja! Ja! Ja, sie sollten es jeden Tag machen. Bravo, Pato und Pocoyo. Zusammen geht alles viel besser. Macht's gut, bis bald. Hallo, alle. Look, es ist eine Maschine voll von Ecken. Full von Surprise Ecken. Und die Ecken hat eine andere Surprise. Wir schauen, wer möchte zuerst gehen? Of course. Kommt, Pocoyo, gehst du deinen Ecken. An Orange Egg. Oh, let's see what's inside. Five Little Aliens. Wonderful. Five Little Aliens jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more aliens jumping on the bed. Come on, Pato, what egg will you get? A green egg. Very nice. Quick, open it. Four Little Aliens. Amazing. Four Little Aliens jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more aliens jumping on the bed. Yes, Ellie, it's your turn. Yes, Ellie, it's your turn. Let's see what egg you get. A red egg. Let's open it. Three Little Aliens. Three Little Aliens jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more aliens jumping on the bed. Oh, Fred, is it your turn? Of course. Go get your egg. A black egg. What will it have inside? Two Little Aliens. Two Little Aliens. I love it. Two Little Aliens jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more aliens jumping on the bed. Of course, Pocoyo. Pocoyo, it's your turn. Go get your egg. A turquoise egg. Let's open it. One Little Alien. Isn't it great? One Little Alien jumping on the bed. He fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more aliens. No little aliens jumping on the bed. No little aliens jumping on the bed. None fell off and bumped their head. Mama called the doctor and the doctor said, Put those aliens back into bed. Hooray for surprise eggs. And hooray for dancing together. Goodbye. Until the next surprise egg. Baby Peeps stört. Hallo, Baby Peeps. Und hallo, Pocoyo. Hallo. Seht euch das an. Los, wir klatschen alle mal. Was ist, Baby Peeps? Oh, du sagst, du hast in deinem ganzen Leben noch nie jemanden so geschickt mit dem Ball spielen sehen? Oh, wirklich. Ein schönes Kompliment. Du meinst, das wäre die fantastischste Konstruktion, die du je gesehen hast? Tja, sicher ein ganz beeindruckendes Bauwerk, aber besser als die Pyramiden in Ägypten? Tja, also, wenn du es sagst, Baby Peeps. Was wird denn das jetzt? Ah, Baby Peeps glaubt offenbar, dass deine Zeichnung etwas ganz Besonderes ist, Pocoyo. Ja, natürlich. Es ist Kunst. Hm? Besser als die Mona Lisa? Na ja. Was denn jetzt? Ein roter Teppich? Das gibt's doch nicht. Also, für seinen Helden lässt Baby Peeps aber auch gar nichts aus. Ja! Hallo, Pato. Baby Peeps sagt, du hättest jetzt genug gespielt, Pato. Jetzt ist Baby Peeps dran. Hallo, Elli. Nun wird es aber lustig. Baby Peeps sagt, Pocoyo anzuschieben wäre seine Aufgabe, Elli. Baby Peeps, Pocoyo sagt, er ist jetzt müde. Er spielt später wieder mit dir, ja? Oh, Baby Peeps. Hallo. Ja, ey. Someone will zumpa- hoch chi Bowl grabet. Dieser Moment mag es auch fluidisch sein. Kannst du dir jetzt mal kiezen? erklären, wer oder was Pocojo so stört? Baby-Pieps! Baby-Pieps? Du hast doch Baby-Pieps selbst weggeschickt. Möchtest du deinen kleinen Freund wirklich wiedersehen? Hm, dann musst du mal durch dieses Fernrohr sehen. Traurig. Könnt ihr vielleicht Pocojo sagen, warum Baby-Pieps so unheimlich traurig ist? Er hat Baby-Pieps weggeschickt. Er hat gesagt, gehe weg. Genau. Aber Baby-Pieps wollte doch nur dein Freund sein, Pocojo. Ah, Baby-Pieps. Pocojo hat das nicht so gemeint. Er wollte nur mal für ein Weilchen allein sein. Oh, was ist denn das? Eine Einladung. Da möchte irgendjemand, dass du zu seinem Fest kommst, Baby-Pieps. Entschuldige. Das war eine sehr liebe Entschuldigung, Pocojo. Wie? Was war das, Baby-Pieps? Du sagtest, das war die allerliebste Entschuldigung überhaupt? Na, prima, Pocojo. Und was für ein Glück für Baby-Pieps. Macht's gut. Bis bald. Die Schatz-Suche Hallo, Pocojo. Hallo. Was wollen wir heute spielen, Pocojo? Oh ja, ich sehe es auch, Pocojo. Da glänzt etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob Pocojo weiß, was das ist. Kann vielleicht einer von euch sagen, was Pocojo da in der Hand hat? Das ist ein Schlüssel. Schlüssel. Ganz richtig. Ein Schlüssel. Und damit kann man wer weiß, was für Überraschungen aufschließen. Ist das spannend. Genau so. Ja. Und weißt du was? Wenn ich mich nicht irre, dann braucht man genau so einen Schlüssel, um eine Piratenkiste mit einem Schatz aufzuschließen. Schatz. 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 Schatz, Schatz, Schatz. Schatz, Schatz, Schatz. Schatz, Schatz. Schatz, Schatz, Schatz. Schatz, Schatz. Schatz, 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 Schatz Schatz. 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 Tja, hier ist wohl kein Schatz zu finden. Entschuldige, dass wir dich geweckt haben. Schlummerpieps. Schlüssel. Schatz. Schatz. Schlüssel. Schatz. 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 Hey, noch ein Schlüsselloch. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir einen Keller haben. Schatz. 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 Hats, Paco! Hats, Elli, Hats! Ja! Hey, ein Fahrstuhl! Wie aufregend! Na los, versuchen wir's! Ah, jetzt sind wir auf dem Meeresgrund. Schatz? Hm, es sieht so aus, als ob hier weit und breit nicht die Spur eines Schatzes ist. Also, ich glaub's ja nicht. Seht mal. Schatz! Schatz! Wisst ihr was, das könnte wirklich einer sein? Wir finden einen Schatz. Nach all dem, was heute passiert ist, überrascht mich das gar nicht. Na los, Bocoyo, mach die Truhe auf! Wer weiß, was da drin ist? Süßigkeiten? Spielzeug? Was kann das nur für ein Schatz sein? Was ist es? Was ist drin? Könnt ihr alle mal schnell nachsehen? Sagt mir schnell, was da in der Schatzkiste ist. Schlüssel! Ganz viele Schlüssel! Nach all dem Spaß, den wir heute hatten, ist das der schönste Schatz, den es gibt, nicht wahr? Schlüssel zu allem! Schaut weiter hinter jede Tür, fragt weiter jede Frage, erforscht jeden Winkel der Welt, dann findet ihr noch viel, viel mehr Schätze. Toll gemacht, Bocoyo! Danke euch allen! Macht's gut! Bis bald! Die magische Gießkanne Oje, was für ein schrecklich heißer Tag ist das hier bei Bocoyo und seinen Freunden. Schaut mal, da ist auch Elli. Sieht aus, als sei ihr auch viel zu heiß. Hallo, Elli. Ähm, du hast nicht zufällig Bocoyo hier irgendwo gesehen, Elli? Hm, das ist seltsam. Eigentlich mag er es, wenn es so richtig heiß ist. Ich weiß, wahrscheinlich ist er bei Pato. Bis bald, Elli. Ah, und da ist auch schon Pato. Pato macht die Hitze auch sehr zu schaffen. Pato, hast du vielleicht Bocoyo gesehen? Hm? Ähm, entschuldige, Pato, war das jetzt ein Nein oder ein... Entschuldige nochmals, Pato. Aber ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Was hattest du gesagt? Ich meine... Schon gut. In Ordnung. Ich suche weiter. Entschuldige die Störung, Pato. Jetzt möchte ich aber wirklich wissen, wo Bocoyo steckt. Ah, da bist du ja endlich, Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Lula. Hallo. Und? Da ist ja auch Pocoyos Musikblume. Blume. Musik. Pocoyo liebt seine Musikblume über alles. Wisst ihr was? Ich glaube, Pocoyo hat die einzige Musikblume auf der ganzen Welt. Sieht so aus, als ob die Gießkanne leer ist, Pocoyo. Mehr Musik. Ja, mehr Musik. Das wäre schön. Aber wie soll deine Blume Musik machen, wenn sie Durst hat und die Gießkanne leer ist, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, helfen? Holen mehr Wasser. Mehr Wasser holen. Musik. 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 Oh, sieht so aus, als sei der Wasserhahn in der großen Hitze ausgelöst. Musik. Aber wenigstens hast du die Gießkanne für deine Blume gefüllt. Blume. 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 Armer Pato, du musst ja schrecklich durstig sein. Ah, Pocoyo, das ist aber wirklich nett von dir. Du gibst Pato etwas von dem Wasser für die Blume ab. Blume. Oh, was macht Elli denn? Blume. Ah, verstehe. Elli will ein schönes, kühles Bad gegen die brütende Hitze nehmen. Was für ein guter Einfall. Für Elefanten gibt es nichts Schöneres als ein kühles Bad. Oh je, es kommt kein Wasser. Dann war es das wohl mit Ellis Bad. Und sie hatte sich so darauf gefreut. Oh ja, Pocoyo, das war eine gute Tat. Du hast Elli sehr froh gemacht, aber jetzt sollten wir schnell zu deiner... Blume. Oje, Pukoyo hat das ganze Wasser verbraucht, um seinen Freunden zu helfen. Jetzt hat er gar kein Wasser mehr für seine Blume. Seid nicht traurig, Pukoyo. Dir wird sicher jemand helfen. Ich glaube sogar, es ist schon Hilfe unterwegs. Kann vielleicht einer von euch, Pukoyo, sagen, wer jetzt gleich kommt? Eri und Pato. Ach, sehr schön. Das ist wirklich nett. Aber ich glaube, die Blume braucht mehr als... Ah. Das ist ja unglaublich. Wenn Freunde einander helfen, passieren manchmal kleine Wunder. Das war ein toller Tag für Pukoyo und seine Freunde. Macht's gut und bis bald.